Musik Ich bedanke mich recht herzlich bei allen Taucherinnen und Tauchern, die ihr Wahlrecht ausgeübt haben. Wir haben eine deutlich höhere Wahlbeteiligung am Sonntag, den 26. Mai gehabt, zu den Europakreistags- und Stadtratswahlen. Das persönliche Ergebnis, für mich freut mich natürlich sehr, mit so einer großen Stimmenanzahl in den Kreistag Nordsachsen gewählt worden zu sein. Weitere sieben Taucherinnen und Taucher haben es geschafft, in den nordsächsischen Kreistag einzuziehen. Von anderen Parteien wurden sie aufgestellt und werden jetzt hoffentlich mit mir gemeinsam im Kreistag eine starke Stimme für Taucher bilden. Der Kreistag in Thurgau ist nicht viel im Bewusstsein der Mehrheit der Taucher und das müssen wir ändern, denn Taucher gehört zum Landkreis Nordsachsen. Wir sind eine der dynamischsten Städte, hier passiert richtig was und wir müssen unsere Stimme im nordsächsischen Kreistag in Thurgau erheben. Und da möchte ich natürlich meinen Anteil dazu beitragen. Weiterhin haben wir ja eine neue Zusammensetzung des Stadtrats. Es gab einige Veränderungen für die nächste Legislatur und Novum ist in Thurgau, dass eine Partei nur einen Kandidaten gestellt hat, aber vier Sitze errungen hat. Und somit bleiben leider nun in den nächsten fünf Jahren drei Sitze unbesetzt. Das ist natürlich bei den Ideen, die eingebracht werden, aller Stadträtinnen und Stadträte beim Bauchgefühl, bei der Fachexpertise fehlen uns natürlich jetzt drei Personen am Stadtrats-Tisch. Das ist ein bisschen ärgerlich, aber ich denke, wenn wir gemeinsam im Sinne der Stadt und ohne politisches Geplänkel am Rande gemeinsam arbeiten, dann werden wir auch die fünf Jahre gut gemeinsam bestreiten können mit allen 19 gewählten Stadträtinnen und Stadträten, denen ich jetzt nochmal herzlich danke, aber auch denjenigen, die sich zur Wahl gestellt haben und noch nicht geschafft haben, in den Stadtrat der Stadthauere einzuziehen, denn es gehört schon einiges dazu, Gesicht zu zeigen. Am 20. Juni, in wenigen Wochen, findet die letzte Stadtratssitzung der alten Legislaturperiode statt. Und es wird nochmal eine sehr umfangreiche Ratsversammlung werden mit vielen Tagesordnungspunkten, aber auch der Verabschiedung von Stadträten. Und in den nächsten Wochen wird es auch schon eine Zusammenkunft geben der neu gewählten Stadträte und der bisherigen Stadträte. Und zwar geht es darum, um den dritten Grundschulstandort, denn jetzt müssen hier im Herbst 2019 die nächsten Entscheidungen getroffen werden. Und wir wollen von Anfang an auch gleich die neuen Stadträte mit einbinden, auch wenn sie noch nicht vereidigt sind, aber dass sie zumindest an das Wissen kommen und gelangen und dann auch im Herbst darüber abstimmen können mit gutem Gewissen, dass sie sich auch informiert fühlen. Weiter werden wir am 13. Juni, 17 Uhr, ein neues Kunstprojekt einweihen im Partybad. Und zwar die Installation Lichtfänger. Die ist vom Altbürgermeister Dr. Schirnbeck initiiert worden. Bei seiner Verabschiedung wurde Geld gesammelt. Weitere Spenden kamen hinzu. Viele Partner haben mitgeholfen. Ich lade die Taucher ein und vor allem diejenigen, die sich an dieser Installation und der Fertigstellung mitgewirkt haben, am 13. Juni, 17 Uhr, ins Partybad zu kommen, um eine schöne Einweihung des Kunstobjektes Lichtfänger gestalten zu können. Zum anderen haben wir am 29. Juni das Fest der Vereine. Hier gibt es Sport, Musik, Tanz für Kinder und Erwachsene alleine über zwölf Vereine. Nicht nur sportliche Natur, auch gesellschaftliche Vereine, engagierte Vereine und musikalische Gruppen werden dabei sein, werden sich präsentieren. Das ist sozusagen eine Generalprobe für das Jubiläumsjahr 2020. Denn dort sollen ja in diesem Jahr über das gesamte Jahr hinweg verschiedene Veranstaltungen durchgeführt werden. Ich freue mich auf den 29. Juni und über das, was da ab 10 Uhr bis in die späten Abendstunden passieren wird.